Was passiert nach dem Tod? Er lebt gewisse Situationen aus dem eigenen Leben, aus der Position dessen, wem man damals, gutes wie schlechtes, angetan hatte. Juhu! Manche sagen, das können 10.000 Jahre gewesen sein oder 10 Sekunden. Sie wissen es nicht, weil Zeit dort nicht mehr existiert. Die Lichtgestalt, sagen alle, ist totale, bedingungslose Liebe, die in keinster Weise richtet, verurteilt oder lobt oder sonstiges. Macht Sinn. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Was passiert nach dem Tod? Hast du schon einmal gelebt? Fragezeichen. Wiedergeburt. Vera F. Birkenbiel. Rest in Peace, Schwester. Wir lieben dich immer noch. Und wir sind gespannt, was du hier erzählst. Interessantes Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Und zwar das Thema Leben nach dem Tod. Was passiert nach dem Tod? Daumen nach oben da lassen, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los. Let's go. Aber es gibt natürlich Theorien. Theorien, da sind wir immer da, Vera. Weißt du doch. Und los. So. Schauen Sie. Wir gehen davon aus, dass wir ein Leben haben. Und mehr wissen wir nicht. Aber es gibt natürlich Theorien. Wir gehen davon aus, dass es davor und danach noch was geben könnte. Ob dem so sei. Kurze Umfrage in den Chat. Wer glaubt, dass davor oder danach noch was ist? Vor und nach dem Leben. Eins in den Chat. Wer glaubt, nee, nee, es ist nur das Leben zwei. Will ich mal völlig dahingestellt lassen. Jeder kann glauben, was er will. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ist es hilfreich, auch wenn wir von einem Leben ausgehen, uns die Ziele anzugucken, die die Leute haben, die davon ausgehen, dass davor und oder danach oder an beiden Enden noch was war? Ja, safe. Ich habe festgestellt, diese Ziele können uns unerhört helfen, auch wenn wir davon ausgehen, danach ist Sense. Hundertprozentig. Sehe ich ganz genau so, Vera. Wirklich. Wenn wir uns diese Ziele angucken und wenn wir versuchen, das auch vielleicht zu übernehmen in unserem Leben, selbst wenn wir nicht daran glauben, dann haben wir was Gutes getan. Es bringt uns weiter. Es erfüllt uns mehr. Es gibt uns auch Glückseligkeit. Und es lässt uns mehr, oder beziehungsweise es lässt uns weniger Angst haben auch. Weißt du? Also lohnt es sich, das zu tun. Nahtodeserfahrungen. Also früher gab es selten welche, aber auch ab und zu, dass Leute scheintot waren oder wie auch immer. Und manche davon hatten gewisse Erinnerungen danach und haben davon gesprochen. Sie wissen vielleicht, dass das tibetanische Totenbuch, das ist schon ein sehr altes Dokument, beschreibt in sehr viel Detail, was passiert nach dem physischen Tod. Krass. Wusste ich nicht. Tibetanische Tatenbuch? Das hat man bis in die 30er Jahre als hirnverbrannten, esoterischen Scheiß abgetan in unserer westlichen Wissenschaft. Weil die Anzahl an Leuten, die bei uns scheintot gewesen waren, war relativ gering. Sie wissen vielleicht, früher hat man in Serie Glocken eingebaut, damit wenn der im Sarg aufwacht, er bimmeln kann. Also das Problem gab es schon ab und zu, aber in so kleiner Zahl, dass es eben nicht statistisch signifikant war. Wie, da waren Glocken drin. Wenn einer dann wieder aufgeweckt wurde oder wie auch immer oder gar nicht richtig tot war, dann haben diese Leute also Wunderliches zu berichten gehabt. Das passt nicht in die dogmatische Kirchenmeinung. Ich will jetzt wissen, was in diesem tibetanischen Totenbuch drin steht. Zirbeldrüse war aktiv, Digga, dem Tee, den Mann. Man selber erlebt gewisse Situationen aus dem eigenen Leben, aus der Position dessen, wem man damals, Gutes wie Schlechtes, angetan hatte. Juhu. Also wenn Sie ein Ehepaar haben, den Sie seit 27 Jahren ständig unterdrückt haben, den Sie nie zu Wort haben kommen lassen, oder weiß ich was, dann erleben Sie 27 Jahre das nicht zu Wort kommend. Oh, das ist heftig. Sagen diese Leute. Das Interessante ist, dass sie in dem... Was ich auch schon mal gehört habe und was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du zum Beispiel ein Leben gelebt hast, wo du zum Beispiel jetzt, wie sie gesagt hat, einen Menschen dein ganzes Leben lang unterdrückt hast, so. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann stirbst und eventuell, was ich auch glaube, was passieren kann, wieder reinkarnierst, so, quasi, ne, dass du dann ein Leben leben wirst, wo du die ganze Zeit unterdrückt wirst, so. Weil deine Seele das möchte, dass du das spürst, wie das ist, so. Damit du dann darüber hinaus kommen kannst, im Endeffekt, so, weißt du. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, wie du... Also, dass du quasi einfach... Dass es ein Lernprozess ist und dass es aber auch ein Ziel gibt, so. Ich glaube, das Ziel bei dieser ganzen Sache ist einfach, dass du am Ende dich selbst realisierst. Und realisierst, was du als Mensch im Kern eigentlich wirklich bist, so. Und ich glaube, wenn du das erreicht hast, gehst du endgültig nach Hause. So ist das, wie Kurt Tepperwein das beschrieben hat in unserem Talk. Und das hat sich für mich echt so gut angefühlt, sag ich mal so. ... wo sie den Körper verlassen, außerhalb unserer Raumzeit sind. Manche sagen, das können 10.000 Jahre gewesen sein oder 10 Sekunden. Sie wissen es nicht, weil Zeit dort nicht mehr existiert. Könnte also durchaus sein, dass sie in demselben Tempo, in dem wir leben... Das ist so, das hat einfach für mich so Sinn gehalten, wie er beschrieben hat, dass quasi Gott jetzt, ich nenne es jetzt einfach Gott, oder das ultimative Bewusstsein, dann Teile von sich auf die Erde schickt, weil die Erde halt einfach eine duale Welt ist, wo es gut und böse, richtig und falsch, und wo es quasi die Möglichkeit hat, zu realisieren, was es im Kern wirklich ist. Weil zu Hause kann es es nicht realisieren, weil da ist man schon vollkommen quasi. Also, dass quasi Teile des Bewusstseins oder Gott Teile von sich auf die Erde schickt, damit diese Teile sich selbst realisieren quasi, weißt du, wie ich meine? Weil das nur hier funktioniert. ...laufen war, es noch einmal erleben und hinterher in der Erinnerung, dass da nicht einordnen können als Mensch in dieser Raumzeit und sagen, es ging alles ganz schnell oder so ähnlich. Das heißt also nicht, der große Richter kommt, der dann die Schäfchen von den Lämmchen trennt und sagt, du darfst in den Himmel und du gehst in die Hölle. Sondern alle berichten übereinstimmend. Man beurteilt sich quasi selber. Das ist wild, Bro. Indem man es aus der Sicht der anderen erleidet. Das macht für mich aber auch voll Sinn, sag ich dir ehrlich. ...siebt und dann versteht man, ohne was... ...was da gelaufen ist und dann hat man eine Meinung darüber selber. Die Lichtgestalt, sagen alle, ist totale, bedingungslose Liebe, die in keinster Weise richtet, verurteilt oder lobt oder Sonstiges. Macht Sinn. Macht Sinn? Das passt natürlich nicht in die Kirchenmeinung rein. Da könnte ja ein Mensch mit solchen Gedanken beginnen, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Oh shit. Wo kämen wir denn da hin? Selbstbestimmung, freidekende Menschen, oh mein Gott. Die Kirche braucht natürlich Sündige. Entschuldige. Wow, Digga, Vera, hast du echt schön ausgedrückt so. Gib mir auch grad nochmal neue Perspektiven, so weißt du, wie ich meine? Das ist so ein Gedanke. Das heißt, man könnte sagen... Beste Frau, ja, rest in peace. Das könnte ein Fixstern sein. Wenn ich mal wieder merke, bei mir war es meine Aggressivität, von der ich ja unerhörte Mengen bekommen habe. Fühl ich. Wenn ich mal wieder merke, wie ich dabei bin, jemanden jetzt anständig in die Pfanne zu hauen. Kann ich mir richtig gut vorstellen bei dir auch, Vera, ja? Dann frage ich mich mal kurz, angenommen, ich würde das dann hinterher... Äh, 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 die ist geil. ...aus der Position des Anderen erleben, würde ich das genießen? Wohl eher nicht. Und schon ist mein Zorn und einiges verraucht, das distanziert auch sehr. Das ist so ein Gedanke, der kann uns helfen, selbst wenn es kein... Das ist aber auch eine Sache so, das ist, das macht auch für mich halt einfach total Sinn. Das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angerissen, so. Das... ...pastiert ja auch oft, weißt du, wie ich meine, dass... ...wir nehmen das nur bewusst nicht wahr. Beispiel jetzt, du hast eine Freundin oder du hast jemanden in deinem Leben und behandelst denjenigen schlecht und... ...machst nicht gute Dinge, so, weißt du, wie ich meine. Und auf einmal, vielleicht ist der Mensch irgendwann weg, dann gehst du mit einem anderen Menschen eine neue Beziehung ein und auf einmal tauschen sich die Rollen und auf einmal spürst du selber, wie das ist, weißt du, wie ich meine. Und anstatt dann zu sagen, fuck, warum ist der so und warum... ...fragt man sich dann, wenn man bewusst ist, so, krass, guck mal, ich war vielleicht so auch mal zu jemand anderem gewesen und deswegen muss ich das jetzt gerade erleben, was ich gerade erlebe, damit ich sehe, wie das ist, um mich persönlich weiterzuentwickeln und zu verändern. Wir sind alle irgendwo Spiegel voneinander und wir können eigentlich durch jede Beziehung und jede Verbindung mit einem Menschen immer was lernen und sehen, was wir eventuell selber irgendwo verkackt haben. oder so, weißt du, wie ich meine. Das macht für mich extrem viel Sinn, was sie sagt. Ach, gibt. Es ist günstiger, mit so einem Gedanken, mein Verhalten zu beurteilen, als nur meine Lappenzäune als Maßstab anzulegen. Denn mein Lappenzaun sagt, haut dich einer auf die rechte Wange, hau ihm anständig rein, tritt ihm in den Bauch oder in die Weichteile. Der wird dir nie wieder ins Gesicht schlagen. Ja, das ist so, wie wir durch die Welt gehen, ich schwöre es dir. Das sagt vielleicht mein Lappenzäun. Aber was sagt Gott? Angenommen, da wäre ein danach, dann ist es zu spät zu sagen, scheiß Programm. Wie oft habe ich jemanden in die Weichteile getreten? Und jetzt kommt das Erste auf mich zu und da sind noch 340.000 andere. Also es ist ein Gedanke, der durchaus helfen kann, schon aus egoistischen Gründen ein bisschen altruistischer zu sein. Ja, ein besserer Mensch zu sein, Digga, und andere besser zu behandeln und sein Ego manchmal auch einfach zur Seite zu legen. Und ich meine, wenn da der Richter in der Robe wäre, der sagt, Juni oder Hölle, ist ja noch viel schlimmer. Aber es reicht ja schon völlig, wenn ich im Grunde das selber entscheide später und sage, da bist du eigentlich ziemlich fies gewesen. Die kommen alle zurück, diese Menschen. Weltweit, unabhängig von ihrer Religion oder Atheismus oder sonst was, haben die also eine Botschaft. Da gibt es eine Art von Übergang. Davor schwebt man so ein bisschen an der Zimmerdecke. Da können Leute von der Operation und den lebensrettenden Maßnahmen Details erzählen, die also null medizinische Kenntnisse haben. Echt? Das ist ganz unglaublich. Blinde Leute, die also blind geworden sind, wissen dann zum Teil, was diese Helfer alle getragen haben, kleidungsmäßig. Wow. Weil die Behinderungen auch nicht mehr da sind. Die Seele ist aus dem Körper raus. Wie bei luzidem Träumen oder bei manchen Leuten, die irgendwelche Psychedelics konsumieren. Das hört man oft. Und da geht es auch, das ist ja quasi, wenn du Ayahuasca nimmst zum Beispiel, dann wird der DMT ausgeschüttet. Und das ist ja der Stoff, der von der Zirbeldrüse ausgeschüttet wird bei der Geburt und beim Tod. Weißt du? Und dann kommt ein Übergang irgendeiner Art. Das kann ein Tunnel sein, eine Röhre sein, die Kühler-Ross sagt, sie ist ein Alpenmensch. Bei ihr war das so eine Art Alpenweide. Bei ihr Übergang. Muss also nicht eng sein. Dann kommt die Lichtgestalt. Dann zieht das Leben an einem vorüber. Aber man erlebt es aus der Sicht des anderen. Bundesberichten übereinstimmend. Das ist voll krass. Und dann kommen manche noch etwas weiter. Hier wird vielen dann klar, dass sie wieder zurück sollen dürfen. Manche wollen dann gar nicht. Nee, Bro, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich will hierbleiben. Dann heißt es, du solltest nochmal. Krass, Digga. Nachdem sie wieder hier sind, haben sie alle die Angst vor dem Tod verloren. Ihre Einstellung hat sich dramatisch geändert. Voll faszinierend. Kämpferischten Typen. Weil sie sagen, was wirklich rüberkommt, es zählen nur zwei Dinge. Der Maßstab, nachdem man sich dann anfängt zu beurteilen in diesem Umfeld, in dem man dann ist, ist erstens Liebe im Sinne von der Bedingung. Safe. ...losen Liebe. Und zweitens, interessanterweise, Wissen. Deswegen sind wir die Love Gang, Digi. Versteht ihr das? Deswegen ziehen wir uns genau solche Sachen rein. Ich fühle das schon. Liebe und Wissen. Heftig. Manche berichten, die waren also etwas weiter noch gekommen, dass sie in einen Ort des Wissens gekommen sind. Jetzt kann man ja Dinge, die man nicht kennt, nicht mit den Worten beschreiben, die dazu gehören, weil wir es ja nur mit unserem beschreiben können. Wenn Sie sich mal mit Nostradamus befasst haben, das war einer der großen Seher vor einer langen Zeit, der hat einige Dinge vorausgesagt, das ist ziemlich unglaublich, weil dieses Übertreten manche in Meditation, in Trance auch können. Das ist ja das Ziel von Meditation auch. Das hat man ja auch festgestellt, Leute, die tiefe Meditation machen und lange meditieren und über Jahre, dass die dann immer mehr DMT ausschütten quasi und dann den Zugang zu der anderen Welt bekommen, immer mehr und die andere Welt auch spüren. Das, was man nicht sehen und anfassen kann, das, was außerhalb des Körpers ist, außerhalb von Materie ist. Die Verbindung damit aufzubauen, das ist das Ziel. Da muss man nicht sterben dafür. Und er hat zum Beispiel die Atombombe vorausgesagt. Natürlich, von Atombombe wusste er ja nichts, er war ja ein Mann des Mittelalters. Was hat er beschrieben? Er hat beschrieben, einen gigantischen Pilz, der in die Höhe steigt und Zehntausenden, Hunderttausenden... Einer sagt gerade, Bruder, aber stell dir vor, es ist nix nach dem Tod. Vor der Geburt war ja auch nichts. Glaubst du, ja. Weil du limitiert bist so. Aber Bro, dir hat es doch am Anfang vom Video auch gesagt. Es macht trotzdem Sinn, nach dieser Philosophie zu leben. So. Mach's einfach, weil du ein besserer Mensch sein wirst und bessere Taten, bessere Sachen machen wirst und andere Menschen besser behandeln wirst. Für mich persönlich ist es ein Fakt, dass nach dem Tod und auch vor der Geburt was war. Und ich glaube, wenn du ein gewisses spirituelles Level erreicht hast, dann merkst du das auch, spürst du das auch und kannst da auch drauf zugreifen, quasi auf eine gewisse Art und Weise. Aber für die Leute, die nicht daran glauben, macht es trotzdem Sinn, die Philosophien sich mal anzuhören. Gerade auch von diesen Nahtoderfahrungen dann auch mal zu hören. Einfach um die Angst vorm Tod abzulegen und ein entspannteres, glücklicheres, besseres und menschlicheres Leben zu führen. Tod bringt manchen sofort und manchen erst über die nächsten drei Generationen. Und vor der ersten Atombombe liest man so einen Text und sagt, so ein Scheiß, so ein esoterischer. Und nachdem die Atombombe da war, ist uns völlig klar, was er beschrieben hat. Wenn es also irgendeinen Ort des Wissens gäbe, außerhalb des hiesigen Lebens, dann beschreiben die Leute das mit den Maßstäben, mit den Wörtern, die sie haben aus diesem Leben. Der eine sagt so eine Art Universitätsstadt, der andere sagt wie eine gigantische Bücherei, der dritte sagt wieder was anderes, aber es ist ein Ort des Wissens. Das wissen alle. Den gibt es auch. Ich bin überzeugt davon, dass alles Wissen, was es jemals gab auf der Erde oder was geteilt wurde, vorhanden ist. Und man kann darauf zugreifen. Wild, ich weiß, aber ich glaube, das Wissen ist da. Das ist in der Luft quasi. Das ist da, Digga. Manche Leute nennen es Akasha-Chronik, manche Leute sagen kollektives, unbewusstes, manche Leute nennen es morphogenetisches Feld, Digga. Aber es gibt auf jeden Fall eine Art Wissensquelle, auf die wir zugreifen können. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich Wissen abgerufen habe und dass ich gemerkt habe oder einfach was wusste, obwohl ich nicht wusste. Weißt du, wie ich meine? Das war einfach da, Digga. So. Wer hat das nicht schon mal gehabt? Und dann googelst du, da guckst du, da fragst du jemanden und dann stimmt das einfach. Das deckt sich wieder mit den ganz alten Aussagen der Esoteriker, die von einer Akasha-Chronik sprechen. Also einem Ort, an dem alles Wissen des Universums zugänglich ist. Und was auch interessant ist, die, die dort waren, sagen, das Wissen nicht... Geil, Digga. Irgendwann haue ich auch so eine Vorträge raus, ich schwöste. Ich werde auch so eine Vera, Digga. Vera ist in mir auch, glaube ich, teilweise... ...linear, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe vermittelt wird, sondern das ist so eine Art Instant Knowledge, wie Instant Café. Und das erscheint uns sehr schwer verständlich, aber wenn sie den weiten Blick üben, dann fallen sie manchmal rein in diesen Zustand, wo sie mit einem Schlag über irgendwelche Dinge plötzlich Bescheid wissen. Ist so. Ich schwöre es dir, Digga. Krass, keiner im Chat sagt was dazu, aber ich kenne das auf jeden Fall. Vera, ich bin da. Ich bin da. Das ist ja Einsteins Trick gewesen. Dann hat er mal... Tesla auch, man. ...gebraucht es auf dem Papier, dann linear... So, Digga, dann musst du das erst mal irgendwie beschreiben, Alter. So, weißt du? ...so auszurechnen, worum es gegangen war. Mozart hat geschrieben in einem Brief, dass die Kompositionen, die waren mit einem Schlag da, also innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, hatte er quasi zeitlos, wenn sie wollen, das ganze Stück gehört. Genauso wie wo ich mein Treppenhaus-Video gemacht habe. So, ich schwöre, das war... Das war... Boom. Corona ist Scam. Ist ein Scam, Digga. Musst du nicht Angst vorhaben und setzt dich jetzt hin und versuch so viele Leuten wie möglich das überzeugend rüberzubringen, so. Ja, ey, mittlerweile würde ich das auch anders ein bisschen rüberbringen, glaube ich, weil ich dann noch mehr Menschen erreichen könnte, aber das war ein Wissen. Ich wusste das, Digga. Das war kein Ich-denke oder Ich-fühle. Guck das Video an und du wirst sehen, dass ich das gewusst habe. Und dann hat das hinterher, das hat dann Stunden und Tage gedauert, aufgeschrieben. Also Liebe und Wissen. Und bei Liebe geht es um die bedingungslose Liebe, das heißt eine Frage, wenn sie gestellt werden würde, wobei die alle sagen, man wird nicht gefragt, würde heißen, wie weit hast du dich entwickelt in Richtung Liebe. Geil. Feier ich, Digga. Ah, das war einer der stärksten Vera-Videos, die wir uns bis jetzt reingezogen haben, meine Friends. Ich küsse eure Zirnblüsen, ich schwöre es dir, geiles Video. Tut richtig gut, Mann. Herz erwärmt. So weißt du, wie ich meine. Rest in Peace nochmal, Vera. Du bist da, ich weiß. Wir lieben dich. Bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Eure Gedanken gehen in die Kommentare rein. Bis dahin. Peace out. So, geil. Geil. Starke Videos hier heute. Wirklich.